Musik 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 Wir werden das immer wirklich gut machen, mit schnellen Kontergeschichten unsere Hinsermannschaft und doch ein bisschen in die Prädilie bringen können, jetzt einen Fehlpass und die Riesenchance für den FC Thun und das ist Jonas Lössel und damit ist er alleingelassen, das 1 zu 0 für den FC Thun, ich habe gerade gesagt, gemeinsam feiern auf dem zweiten Stern, wenn es nur 20 Meistertitel gibt und hier ist Thun, das in Führung geht, Sorgic, Fassner. Der Leinertz und jetzt ist er drin bei Faginetti. Der Leinertz und da Bar kam! Der Leinertz! Meister Musik Das war's. Sie gehört Beretti, viel Platz auf der rechten Seite, Sorgic wird angespielt. Schön gemacht von Beretti, eine tolle Einzelleistung. Da gehört die Parade vom Moll. Letzte Saison 16 Tore geschossen für den FCB. In diesem Jahr sind es auch schon wieder elf. Beretti und Cosetti. Schon wieder geht es Richtung Tor von Bazzlec. Beim Saisonende am Samstag, 3. Juni stattfinden. Ab 18. 0-0. 0-0. 0-0. 1-0. 0-0. 0-0. Barnetta. Im letzten Moment mehrheitlich andrückt. Greift an. Miraietzi. Abadoum verteidigt sehr von... ... 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